Was geht ab? Wir spielen heute den Rush-Modus zusammen mit Marlon, Edos und Fabienne. Äh, hast du gerne einen Like da oder ein Abo da? Okay, wenn wir richtig gut sind, dann können wir mit dem Spiel jetzt alles beenden. Ja, wir müssen Verlängerung gewinnen. Das ist riskant. Ich würd's nicht machen. Ich würd lieber erstmal normal gewinnen und dann, äh, Watschi ist im nächsten Spiel. Außer den Ars. Heu'n dir Marlon. Yes! Cunha! Und die erste Gelbe! Es ist der Ältersturn! Nach Flanken geht eh nicht. Ich bleib hinten. Yes! Lozano! Mit Iroh angenommen kurz. Ja. Heeeey! Aspi, hau den Ball rein! Aber weißt du, gibst du den coolen Partnerjubel, der davor? Ich glaub nicht, dass jemand schneller als wir sehen wird, ne? Wir haben alles so schnell gemacht wie es geht eigentlich. Außer den Gegner. Man könnte halt letztes Spiel Risiko geben mit Elfmeterschießen und so, ne? Für ein Back-to-Back. Aber wir wissen's halt nicht, ob wir's machen müssen. Die anderen werden's vielleicht tryn und holen's dann. Was macht der den in der Hand, aber? Giuseppe! Es gibt neue Giuseppe! Wie? Jo! Ah, ey Riff! Er heißt jetzt Giovanni! Wir müssen die Karte holen! Ey, wir müssen die Karte holen! Komm mal! Brau, Elias! Brau! Goal! Ey, wir müssen nix mehr machen, ne? Ohhhh! Aber... Und da geht der Winkel 5! Okay, es ist alles grün, außer gewinnt ein Spiel im Elfmeterschießen. Okay, ready up, ready up, ready up! Gotchu! Seltenheit Evolution läuft. Akema PL. La Liga. Uruguay. Kriegen wir nen Portugiesen hin? Warte, ich mach das. Kann ich raus? Nee. Kommt der dann diese Animation hin? Passt mäßig? Kann ich rein. Wenn uns Tor macht, geht fast immer rein. Okay, warte mal. Ist gut. Aber auch wenn ein Torwart ein Tor ist. Ja, ja. Es läuft ein Giveaway. Ihr müsst einfach nur 20 in den Chat schreiben. Und ihr seid dabei. Okay, dann sind wir wieder unterwegs. Okay, wir müssen ein bisschen effektiv sein. Wie? Kann der? Kann der? Kann die? Kann der? Kann der? Kann ich uns? Kann der? Ja, das ist so gut! Kann der? Kann ich mal mit einem Tor? Kann der? Kann die? Kann ich auf dich? Kann der? Kann der? Kann der? Kann ich her? Warte mal, warte mal, kann man überhaupt Eigentore machen, wenn der Torwart ein Dings ist, ein Wot? Wollen wir noch ein Tor machen? Ich glaube sogar ein Echt manchmal. W.O.P. das am Anfang war. Hey! Hahahaha! Ah! Merz, die Malon, Junge. Hörst du manchmal, Fabian? So laut im Discord, wenn es gut ist. Hörst du manchmal, Lord im Discord? Hörst du manchmal, Lord im Discord, wenn du ein Ding rechen kannst? Okay. Aber wer macht sowas nicht? Jetzt müssen wir den Tor machen. Aber kein Tor machen. Echt? Jaja, kein Tor. Wir müssen 2 Minuten hier halten. Denk mal, die kleinen Bastard, ja. Hallo, geh nicht so weit nach hinten. Ich wusste es. BALAN! BALAN! Der Spieler, das ist krank! Das ist verrückt. Junge, ich wusste, wenn ich einen Viereckpass mache, dann geht es nicht. Es geht keine Viereckpiste. Ja, was? Wo soll ich hinspielen? Es war gerne frei. Geil! Dann kloppt das Ding nach vorne an. Wohin? Oh mein Gott, Papa, bitte, Brody. Sonst, ja. Schau mal Leute, wir sind wieder zurück bei der Eike League im Castello in Düsseldorf. Heute, der Fokus geht ins Mittel. 2-0, Limah. Ja. 3-0. 3-0. Hält gut, nehmen wir mal an. Ne, ich sag doch gut. Hier, so macht man das. Ne, das geht nicht. Das ging nicht. Wir hatten nicht frei. Wir hatten nicht frei. Wir hatten nicht frei. Wir hatten nicht frei. Wieso dachte ich? 2-2. Wollen wir noch ein Tor machen? Ja. Das könnte gefährlich sein, oder? Das könnte eine Chance sein. Was? Mein einziges Problem. Über? Mein einziges Problem. Oh mein Gott. Oh, nicht zu mir. Doch, doch, einfach weg. Nicht zu mir. Das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Yes. Ja. Bitte aufpassen. Der eine ist nicht da. Ey, verteidig mal gut. Verteidig mal, Erika. Komm zurück. Ich bin da für Ballbesitz. Oh ja, Nala. Ist das deine Angst? Denkst du, du würdest die Challenge den ganzen Tag noch machen? Yes! Stark, stark, stark. Ich mach Tor. Ich mach Tor, ne? Das könnte gefährlich sein. Danke. Ich hab Angst. Meine Hand, meine Hand, Junge. Was soll ich machen, Junge? Guck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ali kam auch 15. So. Jetzt gewinnen. Und wir haben gewonnen. Ich glaub penalty. Nein. Wie viel Druck, Digga. Wie viel Druck. Du darfst nicht zurück. Du darfst nicht zurücklaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist Zeit, es ist Zeit. Es ist auch Zeit. Es ist auch Zeit. Vier Sekunden. Schieß. Ich hab einen gepopelt. Ich hab einen gepopelt. Eine Stunde und acht Sekunden haben wir gebraucht. Ich hab den eingepopelt. Naja, aber ihr auch. Ihr wart nicht frei. Ja, Mann. Ihr wollt den Ball nicht haben. Okay. Lass noch weiterspielen, aber. Ja, Mann. Ich halte noch ein paar Räume. Gibst du Ranken oder so oder so? Ich nehm Shurky. Events. Warte mal, da steht Events. Es gibt bestimmt irgendwas mit Gewinnen und so. Also man muss doch irgendwo was bekommen. Gigi. Meine Kochitos. Das müssen die anderen erst mal unterbieten. Vielleicht morgen bei den anderen ein paar Schwitzer. Gleichzeitig suchen. Ja, weiß ich. Vielleicht auch wir. Ja, vielleicht. Stell dir vor. Ey, lass mal rechts diese Aufgaben erfüllen. Äh, Akema. England. Ja, passt. Uruguay. Hat jemand einen Uruguayer? Und Premier League. Ich mach Uruguay. Warte, ich such. Bin klar. Ey, ich hab keinen Uruguayer.